Musik Jetzt schauen wir uns auch unsere Bibliothek an. Hallo! Hallo! Hier haben wir eine kleine Sitzecke und jetzt schauen wir uns noch den Lernraum an. Musik Musik Hier unten ist der Lernraum für die Studenten. Hier gibt es bewegliche Tische, dass die Studenten sich das so zusammenstellen können, wie sie möchten. Es gibt einen großen Bildschirm, wo man Präsentationen erstellen kann oder auch Sitzecken, wo man dann gemütlich an Projekten arbeiten kann. Und jetzt könnt ihr euch auch hier mal weiter umschauen. Bis zum nächsten Mal.